Musik Also ich komme ja aus Frankfurt und mache seit 15, ich glaube mehr als 15 Jahren hier Seminare in Münster und ich liebe Münster. Es ist eine wunderschöne Stadt, es gibt so viele Fahrradfahrer und so viel Grün und ich finde auch hier diese Intensität der Seminare zu manchen anderen Orten viel angenehmer für mich. Es ist intimer, es ist dadurch, dass ich auch die Stadt schon so lange kenne und Leute immer wieder kommen in meinen Seminaren und die Stoffe sich weiterentwickeln. Das mache ich besonders an Münster mit hier unseren fünf Leuten im Kurs. Diese wahnsinnig tolle Stimmung. Also es hat bei jedem Stoff, den wir besprochen haben, eine unglaubliche Energie sich entwickelt und wir haben viel gelacht und viel nachgedacht und viel miteinander geredet. So etwas kann man nicht über Facebook oder irgendwelche YouTube-Videos lernen. Ich liebe es, die Sachen, die ich selbst erfahren habe, weiterzugeben und ich glaube mein ganzes Leben lang, ich glaube mit 20 habe ich angefangen, die ersten Seminare zu geben und mir macht es unheimlich Spaß, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020